Hey Leute, ich bin's, euer Cody, und willkommen zurück zu Battlefield. Und ich spawne direkt mal Sniper. Und hier direkt in dem Schönen. Sehen, ob wir C einnehmen können, oder so ähnlich. Und ich markiere schon mal alles, was ich irgendwie sehe. Okay, den haben wir sogar getaggt. Und... Okay. Okay, das wird mir zu heiß. Und direkt mal versuchen, alles zu markieren. Was irgendwie... Ist da im Fenster? Wahrscheinlich. Und hier vorne habe ich jemanden gesehen. Also er wokiert wahrscheinlich ein paar Stunden nach oben. Den versuchen wir mal zu markieren. Was nicht funktioniert, leider. Und irgendwas geht hier schrecklich schief. Oh, die sind wahrscheinlich oben auf dem Nacht. Okay, ich bring mal runter. Und versuche die Leute zu überraschen. Denn ich kenne den Eingang auf. Und ich habe eine Pistole. Noch ein Überraschungsmoment. Und die Leute sind weg. Ach, okay. Hier ist niemand. Hallo. Da ist niemals. Also niemand ist auf dem Dach rausgesprungen. Und ich sehe gerade nichts. Und niemand. Da ist niemals. So sieht da ein Tanze. Au. Da wurde ich angeschossen. Ja. Du wolltest ja unbedingt zurückgehen. Na? Ey. Schießt ihr auf mich. Ich mag das nicht. Geht weg. So, ich kann wieder versuchen, irgendwas zu markieren. Da ist jemand. Irgendwie da. Irgendwie ist auch jemand. Auf auf mich zu schießen. Ich stelle mal... ...500 Meter rein. Schau mal, was ich hier so treffen kann. Der Typ ist schon weg. Oh. Jemand snipert auf mich. Hier ist bisher nur nix durchgekommen. Hey. Hört auf, auf mich zu schießen. Da habe ich mal markiert. Wenn jetzt jemand mit einer Rakete auf ihn zieht. In diesem Fall mit einer RPG. Auch wenn das Unobi schießt. Will der da treffen. Ich will echt wissen, wer... Oh. Okay. Zumindest habe ich jetzt nicht mal die Frage, wer auf mich schießt. Und dann springen die alle da runter. So. Ich werde damit nicht leider zu spät. Das ist bei uns. Sagt mal. Ah ne, ist schon runtergeschleckt. Jetzt. Ähm. Und ich habe da unten gerade jemanden gesehen. Mal sehen, ob ich den überraschen kann. Ähm. Okay. Ich würde sagen... Ich habe den Fallschirm zu spät geöffnet. Das war richtig dumm. Und versuchen wir es direkt einmal noch. Äh. Versuchen wir es noch einmal. Diesmal aber ohne auf den Boden aufzuklatschen. Zumindest versuch ich es. Ist da eine Scheibe? Da ist eine Scheibe. So. Diesmal öffne ich den Fallschirm. Für mich ist es auch zu früh. Hauptsache ich kletze ich wieder nicht. Unten auch. Und. Ähm. Hallo. Da ist ein Panzer. Ich weiß nicht, ob ich das überleben soll. Aber ich kann es mal versuchen. Ich kann es mal versuchen. Eigentlich versuch ich es nicht anzuschleichen. Mit den C4 und den Panzer Nustieren. Wunderbar geklappt die da. Und dann spawnen wir mal bei... Haki. Oder sowas. Keine Ahnung. Ähm. Okay. Ich hoffe nach hinten. Und der Raum ist safe. Hört hier nicht so auf dem Stehen. Das ist nicht gut. Und da kommt der Panzer. Jetzt lassen wir mich nur hoch. Jetzt lassen wir mich hoch. So. Jetzt könnte ich mich theoretisch von hinten anschleichen. Ich habe immer auf dem Stehen in die Luft gejagt. Tipptopp. Ach komm schon. Lass mich hoch. Und lauf. Nenn die Luft mit dir. Und weg mit dir. Da haben wir ihn sogar gekillt. Oh. Hi. Also die... Ich würde sagen. Die Flagge haben wir souverän verteidigt. Man werden den Panzer in die Luft gejagt. Und gleichzeitig noch einen Gegnern reinkam. Autsch. Ich versuche mal oben aufs Dach zu gehen. Und schön wieder Leute markieren. Ihr wisst ja. Markieren. 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 Und. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass C-Grad umfällt. Denn ich habe keine Markierung. Und ich höre es schon. Ja, ihr habt es auch gesehen. Und einfach mal alles markieren. Hören wir einen Panzer. Hören wir noch einen Panzer. Okay, da schießt man auf uns. Und ich habe wieder Framerate zusammenbruch. Ich mag es wie hier, nachdem der zum Ungefallen ist, hier überall stolzen liegt. Und da werde ich angeschossen. Wie viel habe ich noch? Okay, ich habe gar keinen zu viel. Hey, hier. Hey, buddy. No. Vielen Dank. Also. Wenn es geht, würde ich dann gerne mal meinen Kollegen spawnen. Und ihm helfen mit dem Sniper. Denn ich habe gesehen, wo der ist. Ja. Jetzt lass mich bitte spawnen. Ich will meinen Kollegen helfen. Nein! Okay, aber jetzt komme ich mit dem C4 näher. Okay, ich bin nicht näher gekommen. Weil ich bin zu den Kollegen. Und die machen anscheinend ein Sniper-Duell. Und ich will auf jeden Fall ihm helfen. Also der Turm ist, sagen wir mal. Ist er einen Kilometer weg? Okay, er ist auf jeden Fall keinen Kilometer weg. Ah. So. Dann gehen wir mal 500 Meter. Ähm. Okay. Es läuft nicht besonders gut, habe ich das Gefühl. Und sie sind einfach viel zu viele Panzer. Stehen ja noch Raketenwerfer. Und... Okay, unser Kollege war schneller. Ein klein bisschen Kripp geschossen. Und ich habe ihn gerecht. Jetzt versuche ich C einzunehmen. Und ich werde gerade befördert zum Private First Class Nummer 2. Das mag ich. Und wer oder was hat mich weggeschossen? Und da bleibt mir eigentlich die Frage... Na, nicht das. Weg. Ne, ich lasse es ja erst mal. Eigentlich gucken, ob wir eigentlich ein... Kommander haben. Und da war Kollege weggeschossen. Den haben wir mich gesehen. Und der mich. Dann versuche ich mal D zu verteidigen. Mit D4 und allem. Weil da steht immerhin ein fetter Tank drin. Und... Ach, das ist ein freundlicher Tank. Okay. Hätte bei mir auch sagen können. Unter der Brücke ist jemals. Und... Oh, ei. Den habe ich erwischt. Mein Panzerkollege in den anderen. Okay, irgendwer schießt auf mich. Irgendwer schießt auf mich. Okay. Oh. Diese Dachkämpfer, ne? Muss ich auch einmal erwischen? Ähm. Ey, warte bitte. Warte bitte. Nein! Oh, komm. Du Anus. Oh, okay. Start time. Nehmen wir mal. Nehmen. One. Okay. Ich schade immer kurz. Die auf... Na, komm mal. 2 Minuten ist weitergemetter. Ich hätte mir nicht besonders viele Chancen, ne? Okay, irgendjemand kommuniziert mit mir. Woher die Taste? Ah, okay. Okay, was ist denn bei mir? So, lustig. Willst du auch gerne wissen? Oh, hi. Okay. Hey, hey, ich hab... Okay. Dein Schuss plus Skill. Gleich, locker. Oh, ich sehe dich. Wir werfen dir mal eine... Kanade ins Gesicht. Jetzt ver dienst. Ich hab mich auf gewünschteidiert. Vielen Dank.